Wird künstliche Intelligenz dein Business zerstören? Das ist eine bisschen provokante Frage. Aber, was ja nicht von der Hand zu weisen ist ... Ich höre die ja schon nicht oft in letzter Zeit. Echt? Ja, dass Leute zu mir kommen und sagen, was ist denn mit AI? Wird der AI bald alles von dir übernehmen? Also gerade auch so im Marketingbereich. Wird das die Texte schreiben? Wird das die Videos machen? Wird das, werden wir ein Marketingagentur überhaupt noch brauchen? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich viele stellen und auch viele stellen sollten. Welche Auswirkungen wird AI auf ... ... mein Unternehmen haben und auch meine Kunden haben? Ich meine, AI verändert die Welt. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Allein, was man so für Fortschritte sieht, ob das bei JetGPT ist oder ... Ja. Gibt ja viele Anbieter. Ja, definitiv. Und da hat es aktuell ja schon Effekte. Es gibt ja jetzt schon Sachen, wie wir auch KI nutzen. Es gibt auch Sachen, wo die KI noch nicht gut ist. Das muss man auch sagen. Deshalb wollen wir dich heute einmal mitnehmen und einmal gemeinsam besprechen, wofür ist KI gut? Und was wird KI in Zukunft vielleicht auch übernehmen? Und was vielleicht auch nicht? Ja, was nicht? Und wo muss ich ja aber jetzt mich schon drum kümmern? Ja, genau, auf jeden Fall. Weil es wird definitiv massive Auswirkungen haben. Es wird auch einfach einigen Unternehmen einen unfairen Vorteil verschaffen. Es wird auch bestimmt einige Unternehmen ausradieren und dafür aber auch wieder komplett neue Opportunities schaffen. Und wir beschäftigen uns viel damit, ja, aus verschiedenen Gründen. Auch weil das natürlich eine wichtige Frage ist für uns, welche Auswirkungen hat das jetzt als Marketingagentur, wenn plötzlich halt eine KI einfach Texte schreiben kann, wo man vorher einen smarten Copywriter für gebraucht hat. Oder wenn KI einfach auf Knopfdruck ein Video erstellen kann. Genau, das heißt, das ist die eine wichtige Frage für uns. Aber die andere wichtige Frage ist natürlich auch, wie können wir KI für uns nutzen? Man merkt es ja mit der Digitalisierung. Das ist so ein Wort, was irgendwie seit 15 Jahren so im deutschen Mittelstand kursiert. Jetzt ist sie da. Jetzt ist der Punkt gekommen. Und jeder sagt so, Digitalisierung ist der Weg, wie man effizienter wird. Aber ich glaube, das wird auch mit KI nochmal ein ganz anderes Level, wenn man sich da rechtzeitig mit beschäftigt. Und derjenige, der zuerst da ist, der wird sich einen Wettbewerbsvorteil erspielen. Genau, und die Sache ist ja die, also langfristig nutzen das alle. Also langfristig ist es ja kein Wettbewerbsvorteil, weil Wettbewerbsvorteil heißt ja, dass du etwas nutzt, was die anderen nicht nutzen können. Das heißt, die Regeln ändern sich halt. Und das ist grundsätzlich etwas, was es im Unternehmertum immer gibt. Ja, zum Beispiel, wir haben sehr stark davon profitiert, dass wir Facebook-Werbung schalten. Und man könnte jetzt natürlich sagen, wenn Loftfilm vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gegründet worden wäre, wäre der nicht so erfolgreich, weil damals gab es noch keine Facebook-Werbung. Stimmt, aber die Facebook-Werbung haben ja alle anderen auch. Wir sind ja nicht die einzigen, die das nutzen dürfen. Dementsprechend haben wir ja keinen Vorteil gegenüber unseren Mitbewerbern, weil wir Facebook-Werbung nutzen können. Wir nutzen es halt nur besser als die anderen. Und so ist es bei KI, wird es auch wieder so sein. Natürlich, wer versteht, das richtig zu nutzen, wird einen Wettbewerbsvorteil haben, gegenüber denen, die halt nicht das nutzen können. Aber alle haben ja den Zugriff drauf. Also die Grundregeln ändern sich einfach. Dann lass doch mal anschauen, was kann die KI denn heute schon? Also vielleicht auch, wo nutzen wir das? Du hast gerade angesprochen, Texte schreiben. Wahrscheinlich hat mittlerweile jeder schon mal einen Text von der KI erstellen lassen. Das wäre doch das Erste, dass man sagt, hey, wofür brauche ich noch einen Treibbrauch? Also wir müssen es halt ein bisschen kritisch anschauen, weil das Erste, ich glaube, der erste Kontakt, den wir alle mit JetGPT und Co. hatten, der war einfach, alter, ist das krass. Wow. So, und das ist erst mal saubereindruckend, weil du schreibst in der KI halt irgendwie einen Text und sagst halt irgendwie, okay, bitte erstell mir ein Bild von XY, dann drückst du auf den Knopf und dann ist einfach das Bild da. Und das ist einfach so beeindruckend, dass das passiert. Oder du sagst, bitte schreib mir einen Text mit 500 Zeichen zum Thema so und so. Und einfach, dass die KI dich versteht und dir dann was ausspucken kann, ist erst mal der Hammer. So. Und der erste Impuls, den viele haben, ist, wow, KI wird alles für uns einfach tun. Wir brauchen nicht mehr denken. Die KI löst einfach alle unsere Probleme. So, wofür brauchen wir noch irgendwas? Und das ist aber, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten, meiner Meinung nach, weil wenn man über diese erste Überraschung hinweg ist, wo man sagt, okay, voll beeindruckend, und dann wirklich anfängt, sich damit zu beschäftigen und sagt, lass uns doch mal schauen, was sie wirklich jetzt im Alltag tun kann, dann sieht man halt auch schnell, dass die KI an ihre Grenzen kommt. Und das sind einige Grenzen, die natürlich daher kommen, dass es die KI noch in den Kinderschuhen steckt, ja, und einfach es noch nicht so weit ist. Das sind aber auch einige Grenzen, die, glaube ich, in der Natur der Sache liegen und die man auch niemals lösen kann. So. Ein Problem ist zum Beispiel, wenn du jetzt so einen KI-Text bekommst, Stand jetzt ist er so, dass du, klar, wenn du richtig promptest, wenn du richtig Input gibst, kann der Text auch viel besser werden, wenn du es nicht gut machst, wird er schlechter. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass die Qualität der Texte sehr schwankend ist. Das bedeutet, also wir haben, wir haben mal versucht, so ein paar Texte schreiben zu lassen und die dann mit Schulnoten bewertet und wir haben halt, also eine Eins noch nie bekommen. Das ist halt unser Anspruch, den wir bei Loftfilm haben. Und zwischen zwei bis fünf schwankt es halt sehr stark. Und dann kann man natürlich rangehen und seinen eigenen GPT bauen und sagen, okay, warum ist das ein schlechter Text? Okay, der benutzt so viele Floskeln. Also erzählen wir jetzt der KI, bitte benutze keine Floskeln, bitte halte dich an den und den Text, an die Vorgabe und so weiter. Und dann wird es halt vielleicht irgendwann eine Vier und keine Fünf mehr. Und dann überlegt man, okay, was ist hier noch falsch? Bitte mach kurze Hauptsätze, bitte mach dies, bitte mach das. Und man kann immer weiter und weiter sozusagen trainieren. Und dann irgendwann kommt man hin und sagt, okay, jetzt haben wir eine Schulnoten zwei, das ist schon ziemlich gut. Da können wir jetzt einen von unseren gelernten Copyrightern dransetzen mit ein bisschen Feinschliff hier und da kriegen wir dann einen richtig guten Text hin. Und man denkt, jetzt haben wir so den Code geknackt und dann macht man den nächsten Text und der ist auch wieder ganz gut und den übernächst und der ist wieder eine komplette Katastrophe. Also diese Konsistenz, die ist noch nicht da und ich glaube, jeder, der schon mal ein bisschen mit JetGPT rumgespielt hat, zum Beispiel, wenn man so ein Bild erstellt. Ja, man hat so ein genaues Bild im Kopf, man beschreibt es exakt, man hat ein Ergebnis und sagt, okay, das ist richtig cool und dann nimmt man den exakt gleichen Prompt und schmeißt den nochmal in einen neuen Chat und kriegt ein Ergebnis raus, was ganz anders aussieht. Also du hast halt nicht diese Garantie, dass es gut wird und du brauchst, Stand jetzt, in jedem Fall, egal ob du ein Bild entwickelst, einen Text entwickelst, egal was, einen Website-Header entwickelst, immer ein Mensch, der drauf schaut und das bewertet. Weil die KI kann natürlich sagen, ich baue es basierend auf den Informationen, die du mir gegeben hast und basierend auf den Daten, die ich im Internet finde und vielleicht auch den Input, mit dem du mich gefüttert hast, aber was, wenn es jetzt schlecht ist und was, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen einfach eine KI, ich bin Unternehmer, ich habe keine Ahnung von Marketing, ich lasse jetzt eine KI in meinen Text schreiben und veröffentliche den einfach so. Ich persönlich finde ihn gut, aber ich habe keine Ahnung von Marketing. So, das Problem ist halt, dass es potenziell sehr gut ist, potenziell aber auch komplett grauenhaft ist und wenn du keinen Mensch hast, der weiß, was gut, also das unterscheiden kann gut von schlecht, ja, dann hast du halt, dann ist das halt ein Glücksspiel. Ja, du hast gerade eine Sache schon gut angesprochen mit dem Thema, mit dem Thema auch Website-Texte zum Beispiel. Das Problem ist ja, was sind die Grundlagen der Daten? Wenn du grundsätzlich sagst, hey, ChatGPT oder wie auch immer, schreib mir mal einen Text von der Webseite, diese KI wertet Websites aus, das Problem ist, dass die meisten Websites halt einfach schlecht geschrieben sind. Ja. So, und das heißt, du hast als Datengrundlage ja schon mal eine ganz, also eine falsche Herangehensweise und dadurch bekommst du natürlich auch keine großartigen Website-Texte, sondern bekommst maximal mittelmäßige bis schlechte. Ja, beziehungsweise ziemlich genau den Durchschnitt kann man sagen, weil wenn eine KI sich alle Webseiten anschaut, die es gibt und sagt, okay, ich verstehe jetzt, wie eine Webseite aussieht und ich baue dir jetzt eine und dann wird die halt im Schnitt genauso sein wie alle anderen Webseiten. Und das Problem bei Marketing ist halt immer folgendes. In dem Moment, in dem es alle machen, funktioniert es nicht mehr. Angenommen, du findest jetzt eine richtig gute Methode, neue Webseiten zu bauen. Einfach ein komplett neues Design, was so noch nie irgendjemand gesehen hat. Was eine KI nicht kann, weil die KI kann nur das machen, was alle anderen auch machen. Aber jetzt kommst du auf eine geile neue Idee und du hast eine unfassbare Conversion mit dieser Webseite und die Webseite, jeder, der die anschaut, sagt, wow, das ist die beste Webseite, die ich je gesehen habe. Was wird jetzt passieren? Erstmal wird deine Webseite richtig super performen und alle anderen abhängen. Dann werden aber andere sagen, ich baue auch so eine Webseite, wie Felix die gebaut hat, weil die funktioniert voll gut und ich finde die super. Irgendwann machen es alle, das wird der neue Standard und wenn es der neue Standard ist, wird sie nicht mehr outperformen den Rest. Wenn der User das gewohnt ist und sagt, Webseite 1, 2 und 3 sehen alle gleich aus, die sind alle gut, aber alle gleich, stichst du nicht mehr hervor. Und die Sache ist, dass die KI das als Letztes mitbekommt. Genau, aber die Sache ist vor allem die, dass wenn alle die KI nutzen und alle KI-Texte machen und KI-Webseiten bauen, dann wird es halt wieder einheitsbrei. Und wenn es einheitsbrei ist, ist es automatisch schlecht, weil im Marketing gewinnt der, der sich abhebt. Und wenn alle, also ja, die KI wird einige Dinge übernehmen können, ja, und wird auch zuarbeiten können, das auf jeden Fall. Ich hab's eben schon gesagt, so mit viel Arbeit und Input und so weiter kriegt man vielleicht so eine Schulnote 2, kriegt man vielleicht hin. Mit ein bisschen Arbeit von einem Copywriter, der was versteht, kriegt man vielleicht sogar dann noch eine Schulnote 1 mit relativ überschaubarem Aufwand hin. Aber das kriegen halt bald alle hin. So, das heißt, man muss sich wieder überlegen, was können wir machen, ja, um besser zu sein als der Rest, um da rauszustechen. Ja, du hast gerade schon eine spannende Sache angesprochen, wo ich auch den Mehrwert von KI auf jeden Fall sehe. Weil jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was KI alles nicht kann. Aber was kann denn KI? Und das ist das Zuarbeiten. Also, was wir zum Beispiel, wie wir das auch nutzen, aktuell KI, ist ja, dass wir in den Kick-Off-Gesprächen mit dem Kunden, wo der Kunde die ganze Information sagt, wie wird er da zum Film? Hey, das und das soll im Film vorkommen. Das ist das und das ist meine Zielgruppe. So und so arbeite ich, aber auch bei Landeseiten natürlich, wenn wir dann Kick-Off machen, dass die KI das alles zusammenschreibt. Dass der Drehbuchautor sich komplett auf die Strategie konzentrieren kann oder der Text da und die KI einfach alles mitschreibt, ja, die mit im Meeting sitzt sozusagen, wie so ein Protokollant, das alles mitschreibt und die am Ende sogar noch eine Zusammenfassung gibt von dem Meeting. Und das ist natürlich einfach gesparte Arbeitszeit. Also ich habe zum Beispiel, wir haben ja eine Übersetzungsagentur, die für uns alle Übersetzungen macht für die Loftfilme, weil wir Loftfilme auf, ich glaube, ziemlich jeder Sprache der Welt haben wir schon Loftfilme gemacht. Und jetzt haben wir eine Übersetzungsagentur und ich habe auch, der Inhaber ist ein guter Freund von mir und der hat, dem habe ich auch gesagt, hey, KI wird auch bald das alles für euch machen. Und der sagt auch, weil das ist ja relativ einfach, denkt man, weil eine Übersetzung voll klaren Regeln, das ist relativ eindeutig, ja, eins oder null. Und der sagt, wir nutzen KI, um die Vorübersetzung zu machen, aber es muss immer ein Mensch nochmal drüber schauen, ja, was sich ziemlich deckt, auch mit unserer Erfahrung. Und er sagt, manchmal macht einfach die KI komische Sachen. Natürlich ist diese KI schon, diese KI-Übersetzer ist besser als irgendwelche so Basic-Übersetzungstools, die dann halt irgendwie ganz komische Sachen machen, aber manchmal, es fühlt sich einfach nicht echter, es fühlt sich nicht nach Muttersprach an. Es sind einfach Dinge, die nochmal korrigiert werden müssen. Und ja, die können jetzt viel schneller übersetzen, weil halt der erste Wurf schon mal gemacht ist, aber dann musst du halt trotzdem noch die letzten 10, 20 Prozent irgendwie rausarbeiten. Ja, man merkt es ja auch bei der KI. Ich glaube, jeder, der mal ein Bild hat erstellen lassen, wo Hände drauf zu sehen sind, wo dann plötzlich sieben Finger an jeder Hand sind, wo wir als Menschen drauf schauen und direkt sehen, da ist was falsch, aber die KI ist noch nicht versteht. Da wird natürlich dann nachgeschult und das geht da hin, aber auf den ersten Blick ist es halt einfach falsch und du siehst, oh, die KI checkt das noch nicht. Oder ein anderes Beispiel, ich habe ChatGPT letztens gefragt nach Witzen. Sollte mir einfach mal drei Witze ausspucken und das Problem ist, die KI, ich habe die auf Deutsch gefragt, die hat englische Witze rausgesucht und die auf Deutsch übersetzt und dann haben halt diese Witze nicht mehr funktioniert, weil der Wortwitz nicht mehr dabei war. Und ich als Mensch sehe das natürlich, ich lese den Witz und denke mir so, hey, das ist doch nicht lustig, aber die KI versteht es nicht. Ja, genau und das ist genau was ich meine mit dem Übersetz, weißt du, das ist jetzt, wo die Übersetzungsagentur gecheckt hätte, ah, der Witz funktioniert nicht so und zum Beispiel gesagt hätte, das ist ein Wortwitz, wir müssen den kompletten Witz austauschen. Also wenn wir so ein Wortspiel in einem Doff-Film hätten, würde ein menschlicher Übersetzer sagen, das ist ein Wortspiel, auf Englisch übersetzt funktioniert es nicht mehr, also muss ich überlegen, wie könnte ich ein anderes Wortspiel hier selbst kreieren, das wieder funktioniert so. Und ich glaube, die KI, was die KI, äh, diese, wenn man diesen ersten, ja, diese erste Überraschung überwundert, wo man sagt, das ist ja cool, was die KI kann, ist halt ein durchschnittliches Ergebnis ausspucken, wenn man nicht so einen hohen Anspruch hat, auch ein gutes. Das bedeutet, wenn du halt sagst, ey, das ist als Gag für eine Hochzeit gedacht, ja, ich hab irgendwie, äh, den Bräutigam irgendwie, keine Ahnung, zwischen ganz vielen Models, äh, halbnackte Models reingekaiet, so, das ist witzig. Und dass die Models dann teilweise so komische Finger haben, ist egal, weil das ist ein Gag für eine Hochzeit, weißt du, dass alle lachen, alle finden es witzig, ist okay. Wenn du das aber jetzt als Kundenprojekt hast, ja, und da ein Kunde dahinter steht, der dafür Geld bezahlt oder du ein Unternehmen bist und du sagst, okay, ich will eine Website bauen, ich möchte damit Kunden finden, ich möchte meine Website nach außen präsentieren und plötzlich hast du halt oben ein Bild, wo irgendwie die ganzen Finger so sind, dann sagst du halt, das ist nicht mein Anspruch, den ich hab. Ja, und das gleiche mit einem Text, also sei es jetzt ein Text für ein Erklärvideo oder für einen Facebook-Post oder für eine Broschüre, wenn du halt, wenn du halt sagst, ich möchte nach außen als professioneller Anbieter auftreten, ich möchte Kunden überzeugen, es ist Marketing psychologisch wirklich wichtig, dass wir hier genau den richtigen Ton treffen und dann zu sagen, ich nehme die KI und hoffe halt, ich kann es selbst nicht einschätzen, ich bin nicht der Experte, aber es wird schon passen und das kann halt böse ins Auge gehen. Ich glaube genau, das ist das Problem, weil bei den Bildern mit den sieben Fingern, da sieht es jeder, das ist offensichtlich, bei den Texten ist es halt so, ich vertraue da einfach drauf, für mich klingt das, wenn ich kein Experte bin, ich vertraue da halt drauf und denke mir, so wird es schon passen, aber du hast auch einen Siebenfingereffekt drin, den halt Marketer, wie du und ich, sehen würden. Ja, also da haben wir wirklich, wir haben ja wirklich da schon viel mit rumprobiert und auch einen eigenen Entwickler dran gesetzt und so weiter und wir sehen halt, dass, und zum Beispiel unsere Leiterin vom Copy-Team, ja, die kriegt dann diese Copys und die sagt halt, die würde sie niemals so durchwinken, wenn es jetzt ein Mitarbeiter so ihr vorlegen würde, würde sie sagen, wir müssen dringend nachschulen, so, das ist aber halt bei der KI eben nicht so simpel und ich glaube auch, dass die noch besser werden und noch mehr dahin kommen und man natürlich auch mit eigenen GPTs, das ist ja eine coole Sache, ja, dass du eigene GPT bauen kannst, was im Prinzip so funktioniert, du gibst ihm schon Vorinformationen, du hast vielleicht sogar schon bestimmte Fragen, die man nur beantworten muss, das heißt, er fragt dich, wer ist die Zielgruppe, du sagst das, er sagt, was ist das Angebot, du sagst das und dann packt er den Text, also stellt den Text für dich basierend auf den Regeln, die du ihm vorher schon gegeben hast, das macht es natürlich super userfreundlich, ich glaube auch, dass man da, ja, gute, gute Texte erstmal hinbekommt, aber halt keine sehr guten Texte und im Marketing ist halt leider oft, es ist halt oft schwarz-weiß, weißt du, es ist halt oft so, dass du gute Ergebnisse hast oder gar keine Ergebnisse und oft ist es bei Marketingmaßnahmen nicht so, dass man sagt, die sind so einigermaßen gut, also die meisten Werbekampagnen, entweder die knallen und funktionieren und ziehen oder sie funktionieren nicht und dass du sagst, joa, sie hat so ganz gut funktioniert, ich bin einigermaßen zufrieden, das hat man sehr, sehr selten erfahrungsgemäß, ne? Ja, ich glaube, auf eine Sache können wir noch eingehen, wo wir tatsächlich dann KI auch benutzen und das ist beim Thema Inspiration, weil da muss man schon sagen, KI ist ein sehr guter Ideengeber, also wir haben zum Beispiel den Münchner Marketingkongress geplant, der am 19. Oktober stattfindet in München, wer noch kein Ticket hat, sollte sich jetzt einsichern auf jeden Fall. Was kommen denn da für Speaker und wie sind wir auf die Idee gekommen, was für Speaker cool wären, Felix? Erzähl doch mal. Ja, genau, also wir haben uns hingesetzt und haben überlegt und haben natürlich erst mal ChatGPT gefragt und haben unsere Kriterien genannt, hey, das soll für Unternehmer relevant sein, das soll irgendwie ein Marketingkontext sein, das sollen natürlich deutschsprachige Speaker sein, die sollen leben, haben wir alles der KI, gepromptet, um halt möglichst gute Ergebnisse zu bekommen und natürlich kam dann sowas wie ein Jochen Schweitzer raus, den wir jetzt auch eingeladen haben. Genau, es kam aber auch Daniel Düsentrieb raus, das muss man auch sagen. Und kein Lagerfeld. Kein Lagerfeld, genau. Also, ja, Daniel Düsentrieb ist leider verhindert, zärtlich, den haben wir natürlich angefragt, aber das ist halt genau die Sache, die KI gibt dir dann sehr gute Tipps, Inspirationen und dann sagst du, oh, Jochen Schweitzer, gute Idee, aber dann sagst du halt deinen Düsentrieb und sagst, ja, das wird schwierig, den einzuladen. Ich weiß auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Namen brauchen für irgendwas, so, hey, wir wollen einen Podcast launchen, wie sollen wir den nennen, dann fragen wir ChatGPT und oft ist es so, also das ist zumindest meine Erfahrung, dass die Vorschläge, die ChatGPT machst, dass wir die nie nehmen, aber die uns auf den richtigen Weg leiten, sodass wir sagen, oh, in die Richtung hätten wir gar nicht gedacht, das ist noch ein bisschen komisch, der Name, aber wenn man das jetzt weiterdenkt und dann kommen wir irgendwie so auf die richtige Lösung, ja, oder vielleicht eine Logo-Inspiration oder so, also da kann man auf jeden Fall gute Ideen haben. Das Problem beim Video oder auch bei Bildern ist oft, dass du halt mit diesem Zwischenschritt nicht weiterarbeiten kannst, also du bekommst den Zwischenschritt, sagen wir jetzt mal ein Video, und das Video ist schon 80% gut, ja, du sagst, okay, das ist schon mal, es geht in eine gute Richtung und jetzt stören dich aber ganz bestimmte Dinge, ja, und die stören dich auch aus einem Grund, ja, weil du vielleicht sagst, okay, das ist missverständlich oder das wirkt nicht seriös oder was auch immer und du musst das ändern, du kannst auch nicht sagen, komm, wir lassen es einfach so, weil es ein offensichtlicher Fehler ist, die sieben Finger zum Beispiel, ja, und du sagst offensichtlich, wir können das so nicht verwenden und jetzt von diesem Ergebnis, was schon 80% gut ist, jetzt nur diese Kleinigkeit zu ändern, die dich stört, das ist echt nicht so einfach, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, du kannst der KI sagen, bitte nimm das genau so und ändere nur diese Sache, aber das ist wirklich, da kommen ganz grauselige Sachen oft raus, du kannst den Prompt, den du vorhattest, umbauen, praktisch einen neuen Auftrag der KI geben und diesen Prompt, der vorher schon ein relativ gutes Ergebnis erzielt hat, noch ein bisschen genauer ausformulieren an den Stellen, wo es nicht gepasst hat, neu prompten, aber dann kommen manchmal bessere Ergebnisse raus, manchmal aber auch ganz schreckliche Sachen. Ja, da hast du wieder die Range, ist das eigentlich Zufall, ob dann ein gutes Ergebnis rauskommt oder halt ein schlechtes. Ob es besser wird oder schlechter, also ich habe zum Beispiel letztens auch für den München Marketing Kongress, da haben wir irgendwie ein Bild gebraucht und für so einen Hintergrund und da habe ich gesagt, hey, bitte erstellen wir ein Bild von einer großen leeren Halle mit schwarzen Vorhängen und so weiter und dann war das schon relativ gut, aber das war irgendwie so aus der Vogel, oder so von oben die Perspektive und dann habe ich gesagt, bitte nehmen das genaue Bild, nur Augen weiter unten, also dass ich praktisch im Raum stehe, dann hat es komplett zerschossen und dann habe ich aber den originalen Prompt genommen, in einem neuen Chat gemacht und dort mit dazu geschrieben, die Perspektive soll sein, als würde ich selbst in dem Raum stehen und dann wurde es gut. Also gut genug für ein Hintergrundbild, für ein Thumbnail oder so, aber nicht gut genug, dass ich sagen würde, das ist jetzt für die München Marketing Kongress Webseite irgendwie das Titelbild. Ja, dafür reicht es nicht, zumindest aktuell noch nicht. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch viel über so Chat-GPT, also wirklich so diesen Chat gesprochen. Eine Sache, die natürlich spannend wird, so ein bisschen mit Ausblick, ist die Sache, wenn du eine KI hast, die wirklich integriert ist in deine Abläufe, also die deine Mails mitliest, die deinen Kalender verwaltet. Ich glaube, das wird natürlich nochmal ein ganz anderes Level, wenn du wirklich eine KI hast, der du dann zum Beispiel sagen kannst, hey, bitte plane diese Reise für mich und die bucht über Google Flüge, bucht sie deinen Flug, sie packt das in den Kalender und schickt dir die entsprechende Mail zu mit deinem Reiseplan, aber da sind wir halt noch nicht. Genau, also ich glaube, ganz grundsätzlich kann man folgendes sagen, ich weiß auch nicht, ob wir da hinkommen, diesen konkreten Fall, den du jetzt gerade genannt hast, weil grundsätzlich kann man folgendes sagen, je klarer die Regeln sind, desto besser ist die KI. Also wenn wir zum Beispiel mal so einen Taschenrechner anschauen, den es ja schon ziemlich lang gibt, was ein Taschenrechner in einer Millisekunde an mathematischen Dingen lösen kann, ist unfassbar und es ist immer 100% richtig und akkurat, weil es halt sehr exakte Regeln gibt. So, wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, dass eine KI in einen Code schreibt, in einen Programmcode, da ist eine KI auch relativ gut drin. Warum? Weil es klare Regeln gibt, es gibt klare Wege, wie etwas zu funktionieren hat. So, jetzt sind wir bei der Sprache, Übersetzung, da ist eine KI auch schon relativ gut, ziemlich nah dran, aber es gibt halt ein paar Feinheiten, die sie nicht versteht, weil es gibt zwar relativ viele klare Regeln, aber manchmal halt auch, es gibt einfach in der Sprache Dinge, da gibt es keine Regeln dafür. Es gibt ja, es heißt ja Sprachgefühl. Es gibt Sachen, die du halt einfach anders formulieren würdest im echten Leben. Genau. Und wenn du jetzt das noch weiter denkst und zum Beispiel sagst, Reiseplan, dann wird es halt richtig komplex, weil es gibt so viele verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Ich weiß, unser Reiseplanungsprozess, wenn unsere Assistenz irgendwie eine Reise plant, das ist, glaube ich, ein 30-seitiges Dokument mit allen Regeln. Wann buche ich welchen Flug, um welche Uhrzeit, von welchem Flughafen, wie buche ich Taxi, Shuttle, Anfahrt, was plane ich im Kalender, welches Hotel, unter welchen Bedingungen. Und das wird so schnell so komplex, dass ich starke Zweifel habe, ob wir da hinkommen, dass wir einfach sagen, Buch für mich und KI macht einfach alles. Ich glaube auch hier wieder zu sagen, bitte such mir drei Vorschläge raus. Ja, und dann such die drei Vorschläge raus und du sparst dir diese Recherchezeit. Und dann sagst du dich in dem Vorschlag eins. Das sicher, aber da sind wir wieder eher beim Thema Zuarbeiten. Und ich glaube, am Ende werden wir, wird sich auch, wenn sich die Jobs ein bisschen ändern, weil das KI kommt und KI ganz viel Arbeit abnimmt, das ist, glaube ich, steht außer Frage. Aber der Job wird sich halt ändern, genauso wie vielleicht früher jemand halt genäht hat und dann irgendwann nicht mehr genäht hat, sondern den Webstuhl bedient hat. So wird halt heute jemand vielleicht nicht mal den ganzen Text von oben bis unten schreiben, sondern er wird die KI richtig prompten und danach den Text korrigieren, den die KI ausgespuckt hat. Der Job wird sich ändern, aber wir werden nicht drumherum kommen bei so komplexen Dingen, zumindest, dass wir einen Menschen haben, der sagt, danke liebe KI, dass du mir Arbeit abgenommen hast, aber ab hier übernehme ich. Ja, und es gibt ja auch Sachen, da muss man auch ganz ehrlich sein, die wird eine KI auch nicht machen können. Also Mitarbeitergespräch kann eine KI nicht führen. Also es gibt... Ja, wer weiß, vielleicht irgendwann, aber wie... Ja, aber ob du eine KI als Vorgesetzten akzeptierst, ist dann, glaube ich, die nächste Frage. Ja, ich sage ja schon immer, wir bräuchten eigentlich einen Staatspräsidenten mit Bundeskanzlerin, der KI ist, aber wenn wir da jetzt drüber sprechen, dann wird das ein sehr, sehr langer und sehr intensiver Podcast, glaube ich. Ja, es ist halt die Frage, wo sind die Limits? Und ich glaube, dass viele massiv überschätzen, was die KI heute schon kann und auch so geflasht sind von dem, was die KI halt initial ausspuckt, dass sie halt so beeindruckt sind, dass sie ja einfach überschätzen, wie gut die KI wirklich ist. Und man muss ja auch sagen, KI ist ja mittlerweile, so in meiner Wahrnehmung zumindest, spricht eher dafür, dass ein Angebot nicht gut ist, also dass es nicht mehr Premium ist. Wenn du sagst, wir machen das KI-gestützt, das sagt ja mittlerweile jeder. Und wenn jemand sagt, ich schreibe da eine Marketing-Texte KI-gestützt, dann hat das eher so einen Billig anscheinend. So, oh, da sitzt halt irgendein Computer, der das schreibt. Wofür brauche ich jetzt die Agentur? Ja, ich will doch jemanden, der das versteht und der die Erfahrung hat und der mir da hilft. Und ich will nicht, dass jetzt irgendwie da ein Computer, weil dann brauche ich euch nicht, da kann ich auch selbst ein KI-Tool suchen. Und dann kommen wir halt wieder zu dem Problem, wie kannst du die Arbeit von der KI bewerten? Und solange die KI nicht dort ist, dass sie wirklich das genauso gut macht, wie ein Mensch, der sehr viel Erfahrung damit hat, wirst du nicht drumherum kommen, irgendeinen Menschen draufgucken zu lassen, der sich eben auskennt. Ich habe noch eine mega spannende Frage an dich. Ja, bin ich gespannt. Ich weiß, du hast selbst unfassbar viele Verkaufsgespräche geführt, das ganze Team ja bei uns aufgebaut im Vertrieb und die letzten Updates bei KI ist ja auch so, dass die jetzt mittlerweile menschliche Stimmen imitieren können. Das heißt, auch die Atmer und das M und es hört sich einfach an wie ein Mensch. Glaubst du, dass das für Verkaufsgespräche relevant sein kann? Weißt du, wenn du am Telefon bist und du hörst den Unterschied gar nicht mehr, auch beim Sales gibt es klar Regeln, natürlich gibt es auch dieses Gefühl, aber dass eine KI auch irgendwann Kunden anrufen kann und sagen kann, hey, wie schaut es denn aus? Willst du nicht einen Film baut zu machen? Also, ich glaube, dass das eher passiert, als dass eine KI für dich die komplette Website baut. Weil, also, dass eine KI eine komplette Website baut, kann sie jetzt schon, aber dass es so gut ist, wie das ein Mensch machen könnte, weil, ich meine, wir sind jetzt schon gewohnt, mit Alexa zu sprechen und wir sind, beim Sales gibt es einfach, wenn du ein bestimmtes Produkt verkaufst, gibt es einfach klarere, Regeln, es gibt klarere Abläufe von dem Gespräch, es gibt klarere, also, ich glaube, wenn du tausend Recordings anhörst von einem Verkaufsgespräch, hast du jeden Satz gehört, der jemals in diesem Gespräch für diese bestimmte Firma erfallen wird, weil da gibt es nicht so viel außenrum, aber wenn du, aber wenn du, gerade jetzt so als Webseitenagentur, ja, wie landeseiten.de als Beispiel, du hast halt so viele verschiedene Branchen, Angebote, auch hier, wenn du als Webseitenagentur dich nur spezialisierst auf eine einzige Branche, auf eine einzige Nische, sagen wir mal, du machst nur Webseiten für Finanzdienstleister, auch dann könnte es sein, dass man die KI, wenn man die baut und füttert und so, dass die da relativ schnell hinkommt, ja, dann werden alle Seiten wahrscheinlich ziemlich ähnlich aussehen, aber da kann man hinkommen, aber ich meine, man unterschätzt das, so eine Webseite zu bauen, auch so ein Erklärvideo zu machen, das ist einfach echt komplex und wenn du willst, dass es am Schluss funktioniert, da steckt so viel Idee dahinter und so viel Know-how, das ist einfach nicht so einfach, nicht so einfach, also es ist einfach, was Durchschnittliches zu machen, aber es ist halt nicht einfach, was sehr Gutes zu machen. Und im Marketing kommt es halt darauf an, ja, wenn du immer nur Zeug kopierst von anderen und wir sehen das ja mit, weil wir von uns kopieren die ganze Zeit unser Zeug, das funktioniert einfach nicht, weil die Leute sehen das und sagen, oh, das ist ja wie bei Loftfilm, die unsere Mitwerber, die checken ja alle nicht, dass die Werbung für uns machen, indem die unsere Werbung kopieren, ich kriege jeden Tag, kriege ich Nachrichten auf Instagram, hör, guck mal, da ist jemand, der kopiert euch, die denken an uns, ja, weil die das sehen und weil Loftfilm schon so bekannt ist, dass die an uns denken und unsere Mitwerber geben Geld dafür aus, dass wir mehr Bekanntheit bekommen. Ja, ich habe letztens eine Werbung gesehen vom Mitwerber, ich glaube, ich habe es ja auch geschickt, wo dann der erste Kommentar unten drunter war, hey, wer Erklärvideos machen, der sollte lieber direkt zu Loftfilm gehen. Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Ich meine, letztendlich, wir haben auch keine Glaskugel, wir können nicht in die Zukunft schauen, wie es ist. Ich glaube, dass da noch sehr unfassbar krasse Dinge auch passieren, die wir uns jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen können, aber ich glaube auch, dass KI ihre Grenzen hat. Also, was man auf jeden Fall machen sollte, meine Meinung, ist, dass man sich damit beschäftigt. Also, wir haben bei uns ja, wir haben ein Business Development Team, die sich darum kümmern, die Prozesse bei uns zu verbessern, zu gucken, wie können wir Sachen automatisieren, ja, auch gerade auf der Software-Ebene. Und da haben wir auch jemanden, der sich aktiv einfach jeden Tag mit KI beschäftigt und schaut, was sind die aktuellen Entwicklungen, was gibt es für neue Tools, was kann man verwenden. Und KI ist aktuell halt auch ein bisschen wilder Westen, ja, es werden ganz viele Sachen auf den Markt geschmissen, verschiedene Tools, irgendwie jede, jeden Monat gefühlt gibt es ein neues Update, auch bei ChatGPT, kann jetzt dies, kann jetzt das. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, da sich mit zu beschäftigen und um diesen Vorteil, den es irgendwann geben wird, einfach frühestmöglich mitzunehmen. Ja, und wie gesagt, dass der KI unterstützt, definitiv, passiert ja jetzt schon, dass eine KI recherchiert, inspiriert, definitiv, dass sie auch gewisse Aufgaben, die sehr standardisiert sind, umsetzt oder vorsortiert oder so, all das definitiv, aber ich meine, es ist wie, man vielleicht irgendwann mal gesagt hat, oh, die Maschine übernimmt jetzt alles und übernimmt die Arbeitsplätze und trotzdem, ja, steht am Ende doch wieder ein Mensch da, der entweder den Computer steuert oder der, der kommt, wenn es eine Fehlermeldung gibt und so und klar wird da Arbeitszeit auch gespart und Jobs sich verändern, aber ich glaube, diese Idee, die viele im Kopf haben, so, ja, die KI macht alles und du musst gar nichts mehr machen, gerade jetzt so in der Marketingbranche, also da sind wir auf jeden Fall noch sehr weit davon weg, ich mache mir da sehr wenige Gedanken und ich glaube auch, dass diejenigen, die wirklich einen hohen Anspruch haben, die eine gewisse Qualität wollen, ich meine, die könnten jetzt auch schon zu irgendwelchen Freelancern nach Indien gehen, ja, und sagen, ich lasse mir da eine Webseite bauen oder ich lasse mir da ein Erklärvideo zusammenkleben und die machen es trotzdem nicht, weil halt für, für, für viele Unternehmer einfach es wichtig ist, halt eine gewisse, eine gewisse Qualität zu haben, eine gewisse Außenwirkung zu haben und, äh, die KI wird ein okayes Ergebnis hinbekommen, mit praktisch keinem Aufwand, aber das ist halt für viele nicht der Anspruch, ich meine, wenn ich unsere Kunden anschaue, das ist für keinen unserer Kunden der Anspruch, irgendwie ein okayes Ergebnis zu haben, sonst wären die nicht bei uns und, ähm, das, das sehe ich auch nicht, mit allen Informationen, die ich jetzt habe, mit allen Dingen, die ich gesehen habe, mit allen, ähm, ja, Daten, die ich vorliegen habe und mit allem, was wir uns beschäftigt haben, sehe ich nicht, dass das sich zeitnah ändert und dass zeitnah irgendwie, ähm, man sagt, fürs Marketing brauche ich keinen Marketer mehr, also, da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass das zeitnah, äh, die KI uns nicht den Job wegnehmen wird, aber den sehr spannend verändern wird. Genau, man könnte sagen, KI ist einfach ein neues Tool, neues Werkzeug, was man verwenden, was man lernen sollte und was man verwenden sollte, aber wenn die KI dein Business bedroht, dann mach dir Gedanken über dein Business. Ja, ja, es ist auch zum Beispiel, sagen wir mal Videoschnitt, ne, wenn wir jetzt hier diesen Podcast zum Beispiel anschauen, der wird jetzt aufgezeichnet und, äh, es gibt natürlich jetzt schon viele KI-Tools, die könnten jetzt zum Beispiel easy das Logo hier ersetzen oder einen Tonknacks heraus machen oder, ähm, wahrscheinlich auch Felix ein bisschen hübscher machen, ja. Noch hübscher, meinst du, es gibt dir keine KI? dass das notwendig wäre, Felix, aber, aber, ähm, also, das, das geht, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich hab halt eine gewisse Vorstellung, wie dieser Podcast aussehen soll und wie der geschnitten werden soll und dann wirst du trotzdem irgendwo den Moment haben, wo du sagst, Moment, da muss ich jetzt nochmal Hände schranen und das nochmal fixen und das nochmal verschieben und vor allem auch das Verstehen, warum ist es jetzt zum Beispiel sinnvoll, dass man am Anfang der ersten Szene eine Totale sieht und nicht dich von der Nahen, warum ist das sinnvoll? Das ist ja am Schluss da, wo die Leistung passiert. Es gibt ja das Nachdenken und sich das Überlegen, wie es sein muss und dann gibt es das Umsetzen und ich glaube, das Umsetzen, da wird die KI viel übernehmen können, ja, wie auch zum Beispiel beim Textschreiben. Ich muss mir überlegen, was ist ein guter Einstieg? Warum ist es ein guter Einstieg? Wie halte ich die Aufmerksamkeit? Wie kann ich den Kunden überzeugen? Was sind die Argumente, die ich bringen muss? Ja, das muss ich mir überlegen und wenn ich die überlegt habe und dann der KI sagt, pass auf, bitte mach so einen Einstieg, dieses Argument und schreibt es in dem Stil, das Umsetzen macht die KI. Also eigentlich das Eintippen, was ich sonst halt händisch schreiben müsste. Genau, aber die Idee und dann auch zu überprüfen, funktioniert das oder funktioniert das nicht, weil wenn ich die KI frage, hey, wird dieser Text konvertieren? Wie soll die KI das einschätzen können? Weil die eben nicht die Fähigkeit hat, sich in einen anderen Menschen rein zu versetzen und zu versuchen, aus der Brille von diesem Menschen diesen Text zu erfahren oder zu lesen oder zu sehen. Und genau, ich glaube, dass diese manuelle Arbeit, und das ist ja schon ein Trend seit langer Zeit, dass das immer weniger wird, dass wir immer weniger auf dem Feld stehen müssen und Kartoffeln ausgraben müssen. Die manuelle Arbeit wird weniger, aber die Arbeit, die im Kopf passiert und das ist ja am Ende entscheidend, ob es Ergebnisse gibt oder nicht. zum Beispiel jetzt um beim Kartoffelbeispiel zu bleiben, wann sähe ich und wann ernte ich, das macht ja am Ende, vielleicht gibt es auch da computergestützte Programme, die irgendwie dir eine Empfehlung geben, aber am Ende gibt es einen Menschen, der das entscheidet. Also kann man zusammenfassen, die KI ist ein Tool, du sollst das Tool verwenden, aber dein Business wird nicht zerstört, unser Business vor allem sowieso nicht, wenn du die Qualität hast. Man kann auch zusammenfassen, nobody knows, wir werden sehen. Danke für das 30 Minuten lang zuschauen und jetzt das Fazit ist, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass in zwei Jahren hier die Kommentare ganz wild werden, wenn da Leute sagen, ha, ha, ha. Könnte passieren. Könnte passieren. Es könnte auch sagen, dass sie sagen, hier Jonas, Felix, bitte sagt uns die Zukunft voraus, weil alles ist genauso eingetroffen. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ich glaube, es ist eine absolut neue Situation, die so noch nie, ja, noch nie stattgefunden hat und alles, was wir tun können, ist mutmaßen, aber natürlich mit Begründung mutmaßen oder mit Idee und ich will noch einen Disclaimer machen. Wir sind auch die Letzten, die sagen, wir glauben nicht an KI, weil wir wollen nicht, dass es so funktioniert, weil wir haben Angst um unsere Jobs. Ich glaube, man muss sich immer anpassen. Ich habe es eingangs schon gesagt, alle anderen haben ja die gleichen Chancen wie du und ich habe überhaupt gar keine Sorge in unsere unternehmerischen Fähigkeiten, dass wenn sich die Grundregeln ändern, dass wir die trotzdem wieder besser beherrschen können als alle anderen und so nutzen können, dass es für unsere Zwecke und für unsere Kunden sinnvoll ist. Also ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen, selbst wenn jetzt KI einfach auf Knopfdruck Erklärvideos machen könnte, dann würden wir Wege finden, wie wir trotzdem ein erfolgreiches Unternehmen darum herumbauen. Das ist gar nicht das Problem. Dann würden wir uns zum Beispiel mehr fokussieren auf den Einsatz von den Videos oder keine Ahnung, das nächste Problem halt lösen. Darum geht es ja als Unternehmer, dass du immer das aktuellste Problem löst, was es gerade gibt. Aber ich glaube einfach nicht daran, dass zeitnah die KI das kann. Wenn sie es könnte, wäre auch nicht schlimm. Das wäre kein Problem. Also ich versuche hier eher meinen gewonnenen Eindruck zu vermitteln und nicht das Wunschdenken, was ich gerne hätte. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann kann ich dir jetzt noch empfehlen, dir einmal unseren Podcast anzuschauen, wo wir über die grundlegenden Marketingprinzipien reden. Die ändern sich nämlich auch nicht. Selbst wenn die KI kommt, das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Und bis dahin. Dein Unternehmen hat großartiges Marketing verdient. Dein Unternehmen hat großartiges Marketingprinzip. Dein Unternehmen hat großartiges Marketingprinzip. Vielen Dank.